Und das Beste aus dem Katalog ist auch gleichzeitig das Beste für Ihre Gesundheit. Wir wollen ja alle möglichst alt werden. Gesund und fit bis ins hohe Alter, sagt man ja immer so schön. Man wünscht sich immer Gesundheit. Nur wie hält man sich lange fit und vital? Ganz einfaches Zauberwort Bewegung. Das ist wichtig. Das sagt man nicht nur so dahin. Und mit Bewegung meine ich jetzt keine Marathonläufer. Sie müssen nicht jeden Tag fünf Stunden Rad fahren. Es reicht, wenn man jeden Tag ein bisschen etwas tut. Laufen, schnelles Gehen. Ja, das ist ganz wichtig. Nur woher weiß ich, ob ich mich genug bewege, ob ich ausreichend schlafe oder ob ich genügend trinke? Und woher weiß ich, ob ich einen idealen Blutdruck habe oder wie mein Puls ist? Ganz einfach mit unserer Motivationshilfe und mit Kathi. Ja, und da haben wir hier eine wunderschöne Fitness Uhr. Und das sind diese modernen Helfer, die einen da so ein bisschen unterstützen. Weil wie du gerade gesagt hast, Anne, man weiß das oft gar nicht. Man möchte das ja auch gerne machen. Also Sie wahrscheinlich auch. Sie sagen, oh ja, ich weiß das ja auch. Ich muss mich ja auch ein bisschen bewegen. Ich weiß, ich möchte ja auf die Werte auch achten. Ich möchte ja auch die Schritte mehr machen, um mich da fit zu halten. Aber wie kann ich das denn? Und was mache ich eigentlich? Schauen Sie hier. Eine tolle Fitness Uhr und das ist ein Modell, das wirklich super genial ist, selbsterklärend ist. Sie nehmen das einfach, legen das einmal an und dann haben Sie natürlich einmal die Uhrzeit immer schön ablesbar. Und dieses Gerät misst automatisch dann, wie viele Schritte Sie tagsüber machen, wie viele Kalorien Sie verbrauchen über den Tag. Auch direkt, wenn Sie zum Beispiel dann mal speziell gehen, zum Beispiel wandern, Fahrrad fahren, solche speziellen Sachen machen. Es ist nämlich hier auf vier Sportarten, da sehen wir es gerade, direkt auch angelegt. Da wird das nochmal optimiert, zum Beispiel dann mit dem Kalorienverbrauch. Und dann haben Sie hier die Möglichkeit, auch direkt mal zu schauen, wie sieht es aus mit jetzt solchen Sachen wie dem Puls. Ja, da möchte man zwischendurch mal schauen, was habe ich für einen Puls oder wie sieht es dann auch aus, zum Beispiel mit meiner Herzfrequenz. Weil da merkt man zwischendurch auch, ich bin vielleicht so ein bisschen flau. Das wird ja auch jetzt, wenn es wärmer wird, dann so ein Riesenthema. Da merkt man, der Kreislauf spielt vielleicht nicht mehr so richtig mit. Da kann man hier einfach zwischendurch ganz toll mal checken, wie geht es mir eigentlich meinem Körper. Schauen Sie mal hier, das ist ganz einfach, wir haben hier ein ganz tolles Farbdisplay, 3,3 Zentimeter mit einem Touchbutton. Und da hier unten einfach nur draufdrücken, schon wird das ganz hell und toll sichtbar erleuchtet. Und wenn Sie nochmal drücken, dann werden Ihnen die Schritte angezeigt. Ist das nicht toll? So einfach geht das, zurückgelegte Distanz. Richtig einfach, einmal nur drücken, Wahnsinn. Super leicht, schau, also drücken, drücken und dann kann man sich hier durchs Menü durchklicken. Ganz einfache Bedienung, mehr ist es nicht. Und dann kann man natürlich hier jetzt auch mal sehen, wie habe ich geschlafen? Ich habe heute noch gar nicht geschlafen. Das wäre merkwürdig, ich habe ja gearbeitet für Sie, wenn ich heute schon geschlafen hätte. Nein, aber man kann zum Beispiel hier, ich möchte Ihnen das mal zeigen, hier auch schauen, wie sieht das zum Beispiel aus, dann hier mit zum Beispiel hier einer EKG-Messung. Das können wir uns mal anschauen. Nachrichten kann man sich natürlich auch anschauen, das Smartphone verbinden. Aber gerade so das Thema Puls zum Beispiel oder dann auch, wenn man mal schauen möchte, wie sieht es aus mit meiner Herzfrequenz im Speziellen, das kann man hier dann auch toll messen. Da bleiben Sie einfach hier unten auf der Messung drauf. Und schauen Sie mal hier, sehen Sie das? Da wird direkt gemessen und zwar in so einer Kurve, direkt wie beim Arzt. Ich müsste jetzt ruhig sein, damit die Messung auch wirklich 100% korrekt ist. Aber da wird das auch direkt so toll grafisch hier angezeigt. Richtig, richtig toll. Und sobald die Messung beendet ist, wird das dann auch, wenn Sie es möchten, wenn Sie sich die kostenlose App auf Ihr Smartphone runtergeladen haben, wenn Sie ein Smartphone verwenden, auch auf Ihr Smartphone alles übertragen. Da sehen Sie einen grünen Haken. So einfach ist das. Mehr muss man nicht machen. Und dann kann man sich das auch alles hier auf dem Smartphone anschauen. Das ist total einfach alles. Ja, sieht man. Also man kann das mit dem Smartphone sich anschauen und auswerten, aber muss man nicht. Wenn ich jetzt kein Smartphone habe, geht das auch ohne. Selbstverständlich. Also Sie können auch alles einfach auf der Uhr angucken, wenn Sie möchten. Aber natürlich dann hier auch. Und da sehen wir dann hier, ich zeige es nochmal, die Schritte, die man schon gemacht hat. Das wird alles dargestellt. Dann hat man hier natürlich auch Distanz, Kalorien. Das kann man sich alles anschauen. Aber zum Beispiel, was ich ja gerade gemacht habe, war diese Messung hier mit dem EKG. Und da sieht man hier dann direkt, das ist halt ganz toll, wenn man da wirklich mal auch wissen möchte, wie geht es mir eigentlich? Weil das hier wirklich von Profis, von Ärzten, von Therapeuten entwickelt worden ist. Und zwar für den normalen Menschen, für den Normalo, wie wir es sind. Ich weiß ja auch immer nicht, was ist da eigentlich. Das EKG ist normal. Und dann kann man hier wirklich draufklicken, kann sich das anschauen. Das wird geladen und kann hier auch mal die Wiedergabe starten. Schau mal. Und dann wird das so angezeigt, wie es eben auf der Uhr war. Und man kann das nochmal nachverfolgen. Sie könnten das jetzt theoretisch auch einem Arzt zeigen und könnten dem sagen, schauen Sie mal, so war das jetzt in der letzten Zeit. Wenn das jetzt auch mal abnormal wäre, dann würde das auch angezeigt werden. Und dann könnte man auch hier das direkt zum Beispiel einmal dem Arzt zeigen. Und dann kann der sich das natürlich anschauen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja, vor allen Dingen für 66,41 Euro, liebe Zuschauer, ist das auch eine schöne Geschenkidee für jemanden, wo Sie wissen, ah, der bewegt sich viel zu wenig und der wollte ja eigentlich ein bisschen mehr machen. Oder er fühlt sich häufig schlapp, weiß nicht warum. Schauen Sie, mit diesen Werten werden Sie nicht alleine gelassen. Hier gibt es schöne Tipps, schöne Informationen, wie halte ich mich fit und gesund. Und wir sind davon wirklich so begeistert. Wir tragen die ja auch privat und nicht nur wir sind begeistert, sondern der Uli aus Berlin, der schreibt uns, super Produkt mit einfacher Bedienung und langer Akkulaufzeit. Sehr praktische Blutdruckmessung für unterwegs, auch ohne direkte Kopplung mit Smartphone möglich. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu Konkurrenzprodukten. Kauf kann empfohlen werden. Also das ist eine absolute Kaufempfehlung, oder? Ja, und vor allem er hat gerade die Akkulaufzeit angesprochen, der Uli. Lieben Dank übrigens für den Kundenbeitrag. Akkulaufzeit sind hier wirklich fünf Tage. Also da hat er absolut recht mit. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Also kann man nur empfehlen. Übrigens auch wasserdicht hier unser Modell, das wir haben. Das ist spektakulär für den Preis von 66,41 Euro, den wir hier haben. Eine super Sache, weil Konkurrenzmodelle, vielleicht haben Sie selber ja auch schon mal geschaut, gerade mit diesen Funktionen, die wir hier sehen, Blutdruck, Pulsanzeige, sowas, was man zwischendurch einfach mal kontrollieren möchte, die kosten dann direkt ab so 180, 200 Euro. Und natürlich, man möchte das gern haben, man möchte sich auch sicher fühlen. Man möchte im Alltag natürlich auch mal zwischendurch einfach checken, wie geht es mir eigentlich? Man möchte auch gern diese Schlafüberwachung. Ich möchte Ihnen noch was Schönes zeigen, was ich ganz toll finde. Einfach hier zum Beispiel auch, was ganz toll ist, finde ich, ist zum Beispiel hier dieser Gesundheitsindex. Da hat man noch so einen Ermüdungsindex mit dabei. So eine allgemeine körperliche Fitness. Und man kriegt wirklich richtig Textinformationen dann. Das finde ich so toll gemacht hier. Also das ist spektakulär, finde ich. Und Sie können hier auch, schauen Sie mal hier, zum Beispiel können Sie einstellen, weitere Erinnerungen. Da haben Sie die Möglichkeit hier, sich auch Erinnerungen für Medikamente einzustellen. Oder eine Trinkerinnerung. Das hast du vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Oft trinkt man zu wenig oder man vergisst es, Medikamente zu nehmen. Das kann man sich hier auch einstellen. Und dann wird man hier mit seiner Uhr daran erinnert. Also das finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Vielleicht wissen Sie ja gar nicht, wie viel Sie am Tag trinken sollten. Wenn ich meine Oma frage, du hast heute schon genug getrunken. Na klar, drei Tassen Kaffee. Ja, wenn man das nicht täglich liest und sich darüber informiert, woher soll man es auch wissen? Deswegen Trinkerinnerung, Schlafüberwachung. Hier ist alles dabei für kleines Geld. 66,41 Euro. Und es sind immer die kleinen Dinge, die wirklich auch zur Gesundheit beitragen. Nicht entweder komplett schwarz oder weiß. Entweder das volle Programm und da irgendwelche Diäten und sich runterhungern. Sondern es ist so peu a peu immer ein bisschen bewegen. Nicht zu viel, nicht zu anstrengend. Das muss ja auch immer, finde ich, dem Alter und dem Körpergewicht angepasst werden. Ja genau. Und das können Sie jetzt schaffen. Das können Sie jetzt machen. Hier vor allem einfach zu bedienen. Das ist das Tolle. Sie können das ganz intuitiv machen. Und das auch für hier wirklich einen super TV-Sonderpreis heute. Ja, von 66,41 Euro. Da dürfen Sie auch gleich mehrere bestellen für den Partner noch mit, für die Partnerinnen. Oder zum Beispiel auch für die Kinder, für die Enkelkinder. Die sehen das ja momentan überall. Also das ist wirklich Qualität. Eine tolle Innovation zum kleinen Preis. Der Preis, der TV-Sonderpreis ist jetzt für Sie freigeschaltet. Und die nächsten zwei Stunden. Und wir machen Sie fit. Viel Spaß.